Die Glocken leiten heute und die Amteln schimpfen. Nicht viel zu sehen, aber die Glocken sind zu hören. Die Glocken leiten heute und die Amteln schimpfen. 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 Das sind die Papstabschiedsglocken. Von Benedikt XVI. Die Glocken leiten heute und die Amteln schimpfen. Die Amteln schimpfen. Die Amteln singen zum ersten Mal heute. Am 28. Am 28. Februar 2013. Die Amteln schimpfen. 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 Die Amteln schimpfen.